hey freunde willkommen zur nächsten batteriezündung wir stellen euch heute oder ich stelle euch heute die pyrotechnologie oder pyrotechnologie jetzt bin ich komplett raus pyrotechnologie 2020 in 39 schuss vor sorry ich schneide das nicht raus ja wie gesagt die hat 39 schuss ist von klasik sehr interessante schussfolge sehr interessantes kaliber ich denke mal das sind 20 mm 25 mm und 30 mm die hat eine NEM von 490 gramm und preislich habe ich bezahlt soweit ich mich erinnern kann 26 bis 30 euro je nachdem also ich glaube fast 30 euro hat sie bestimmt gekostet ja würde ich mal so behaupten also freunde sehen wir uns draußen zur zündung der pyrotechnologie 2020 39 schuss so freunde wir haben jetzt hier wie versprochen die pyrotechnologie 2020 39 schuss da würde ich mal sagen let's fett's ich guck mal wie sie drauf drehen wollt ich guck mal wie sie drauf drehen wollt saftiges ende kurzes vergnügen muss ich sagen wir sehen uns dann